Was ist Ihr Lieblingsplatz bei uns im Kreis Düren? Der Ruhesee, da bin ich gerne. Was bedeutet für Sie der Kreis Düren, was verbinden Sie mit dem Kreis Düren? Kreis Düren hat für mich so eine Mischung zwischen ländlicher Raum und Stadt. Die Region ist sehr schön gelegen zwischen Köln und Aachen, das ist das, was ich damit verbinde. Wo gehen Sie mal, wenn Sie mal ausgehen, ein Bier oder ein Wein trinken? Hier in Düren im Brauhaus oder im Extrablatt. Was ist Ihr Lieblingswort, so im rheinischen Dürener Platt? Ähm, da gibt es viele. Schänge, finde ich schön. Was sollte man über die Menschen an der Ruhr wissen? Die sind sehr herzlich, sind sehr offen, mit denen kann man viel Spaß haben. Wie kommen Sie jeden Tag zur Arbeit? Mit dem Auto.